hallo youtube und herzlich willkommen auf ein spiel was ich mich schon seit release drauf freue und nun ist es endlich soweit die open beta ist heute gestartet und es wird so episch daneben gehen ich werde so auf die fresse kriegen ich weiß es jetzt schon es ist die multiplayer demo soweit ich informiert bin das spiel kommt am 13 mal raus seht ihr ja auch und wenn alles gut geht und wenn es keine indizierung gibt oder ähnliches werde die auf jeden fall sowohl multiplayer content als natürlich auch ein let's play von mir das auf meinem kanal sehen ist natürlich klar aber das entscheidet sich denke ich mal alles in den nächsten wochen ich war jetzt eben gerade schon ein bisschen im menü weil ich was umstellen musste weil mir das nette spiel grundsätzlich immer alles auf den zweiten beziehungsweise auf meinen ersten monitor liegt und nicht auf meinen gaming monitor und dementsprechend muss ich da jedes mal vorher die einstellung ändern dass ich auch vernünftig auf meinen monitor zocken kann weil das ein wenig weiß ich nicht keine ahnung scheiße ist ja ansonsten habe ich noch nichts großartig gemacht und ich würde mal sagen ohne viel bla und blub direkt ins in einem screen hier kann man sich waffen setzen vielleicht hat das ja eine oder andere schon mal gesehen hier war ja im letzten anfang diesen monat letzten monat war ende letzten monat war ja ein event von it software in london und da gab es ja schon das eine oder andere video auf youtube und ja man kann sich seine waffen sets zusammensetzen hier natürlich erst ab level 2 eigene waffen set zu anfang haben wir einen sturm sturm mit einem raketenwerfer plasma gewehr und eine handgranate scharfschütze mit dem vortex gewehr der super schrotflinte und teleporter und dann haben wir noch den hinterhalt mit einem schweren sturmgewehr der super schrotflinte schrotflinte und der handgranate dann können wir über die leveln nach und nach noch hier hack module die uns nach und nach freigeschaltet werden vorteile bringen wie auch immer charakter kann man anpassen das hatte ich gestern schon mal ganz kurz gemacht so ein bisschen reingeguckt und wie ein lustiges rot lila weiß keine ahnung orange farben blindheit lässt grüßen dann haben wir hier das profil statistiken in der zeit wo hier drei spieler brauchen wir noch in der zeit kann ich ein bisschen zeigen natürlich steht in der statistik absolut noch nichts drinne medaillen haben wir noch gar nichts weil wie gesagt noch nichts noch nichts bekommen ich ja auch das erste mal dass ich es jetzt spiele ok er sagt mir warten auf drei spieler erstmal suchtlappen da sind aber schon einige mit dabei die suchtlappen sind töte gegen ihre spieler um zu gewinnen ja ist ja ganz klassisches team das match wir nehmen den sieht vielleicht trafisch jetzt nicht allzu hübsch aus wo ist die maus langsam 3200 dpi da muss ich die gerade mal ein bisschen höher machen 1600 dpi gerade noch ein bisschen ein bisschen ein bisschen schneller dämonenbesessenheit beendet zack führung übernommen leer respawn alles klar ok mit rechts umfang dafür habe ich nur assist gekriegt sehr geil doppelsprung gibt es auch und eine Art Jetpack gedöhnt mein erster kill wo müssen wir jetzt hin weiß man nicht so genau da ist es da hinten der dämon da wird fleißig geballert ein bisschen chillt mit ihm gegner getötet läuft bei mir auch keine munition mehr hallo danke hier gibt es munition alles klar erstmal die map natürlich kennenlernen ist um die kill misst du dhp dhp dämonenruhne taucht gleich auf dämonenruhne woher den mit so schnell wie möglich er nimmt mich auseinander ist klar nur einmal drücken alles klar lehrt hast du respawn ist ja und wieder haben so ein wo ist ich brauche so so ich habe ach die kann man aufladen ok 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 es muss auch gesagt werden dass man das gewehr hier aufladen kann das ist natürlich na aber wenigstens noch ein assist oder so für gekriegt hoffe ich hier ist es na keiner mehr da wo sind die herrschaften boooom doppel kill oh oh ja das war jetzt echt gemein aber ich frage mich wie kann ich meine das kann ich kaputt machen so leute da ist er ja geil erster runde sieg so läuft das war nicht der schlechteste hoffe ich ja 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 tolle ihr könnt tanzen der eine hatten gold rüstung wu hu Der ist auch ein Suchtlappen Ja, wie gesagt Sollte Lebenszeichen, Heckmodul Ui BP aus Partie Level A Okay, okay, okay Schrotflintenkills 65% ist okay Neue Gegenstände Was haben wir denn? Kopfgeld, Heckmodul Aha, Belohnung, Scharfschütze Oha Punktanzeige 75% ist okay Kann man mitarbeiten Waffensets Nehmen wir auf jeden Fall Die Superschrotflinte mit Und ein Plasmagewehr Und den persönlichen Teleporter Enter Auswahl Ja, zufällig So, sollte das anpassen Heckmodul Kopfgeld Nehmen wir das Und Kopfgeld Ja, ja Das möchte ich haben Äh, ausrüsten Ja Habe ich das jetzt ausgerüstet Ja Ah, und das ist Panzerhunk Okay Cool, es gibt mehr Maps Als beim, ähm, oder? Ne, Hitzewelle Warte mal Hitze, ne, Hitzewelle Und die E-Mail war das Glaube ich, ne Äh, die es in diesem Äh, äh, It Event da in London Gegeben hat Glaube ich Team Deathmatch Da ist die Gruppe Äh, Button Z1 Demon Revenant Also es gibt später Heckmodul zu wechseln Kopfgeld Ah, hier kann ich das nochmal aussehen Alles klar Heckmodul wählen Und los geht's Zack, zack Erstmal Muni mitnehmen Okay, das ist Aua Da krieg ich ja selber Schaden durch Äh, ja Jetzt erstmal die Map kennenlernen Da hinten wird schon fleißig gefaltet Und ich werde schon Ja Mistgeburt Kopfgeld aktiviert Ey, bleib stehen, Kollege Du, ich hab dich gedüttelt Oh, oh Heckmodul abgelaufen Äh Alles klar Schön Nichts geht mehr Wunderbar So Und so seht ihr jetzt So sieht der Login Screen aus Ist das schön Ah, Herrlichkeit Heckmodule Jetzt kann ich mir das Ah, okay Ist das blöd Jetzt verstehe ich das, glaube ich Nja Das ist ja doof Jetzt habe ich wahrscheinlich auch die XP-Faller verpasst, ne Naja Kriegsfahrt Kontrolliere die mobile Zone Nehmen wir das mal Probieren wir das mal aus Anpassung Charakteranpassung Rüstung Torso Jaguar Ich nehme mal den Raben Dauert ja eh anscheinend ein bisschen Kann man sich hier lustige Farben aussuchen Lustige Sigma Alter, das sieht ja geil aus Nehmen wir das ja auch Nehmen wir das mal aus Lichtfarbe Rüstung Das sieht irgendwie geil aus Nehmen wir das so Nehmen wir das so wo wir eh warten dann kann man das hier auch so ein bisschen bearbeiten details hier kann ich jetzt noch schmutz drauf klatschen dann sieht dann so aus hat schon was breit machen ich bin breit cool 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 gruppe versergen einladen alles klar kann man ja alle spätestimmung machen wir mal ich kann bock auf dieses push to talk gedöhnt hat und da da werden sie alle immer schön gemutet die haben mich so drauf gefreut es aufzunehmen und ja es endlich spielen zu dürfen ich liebe du ich habe es damals schon gespielt gut den letzten dom teil den habe ich mal ausgelassen weil er muss man glaube ich nicht weiter darüber reden war irgendwie meiner meinung nach ziemlich scheiße aber ich will auch nichts verurteilen deswegen sind wir nicht hier wir sind hier um uns das gemeinsam anzugucken ein bisschen drüber zu reden und ja ein zigarettchen zu rauchen muss auch sein so zwischendurch ladezeiten finde ich okay ich hoffe das ist im fertigen spiel auch so wie gesagt grafisch sollte man da bei mir von meiner seite aus jetzt nicht das krasse in den vortex plasma nehme ich das nicht das krasseste erwarten weil ja meine kiste jetzt nicht mehr die aktuellste sichere die zone und verteidige sie nie mitgenommen und erst mal hier wunderbar den fallen hinterher wo die zone ist erster kill gut ersten kill haben wir schon mal ich glaube hier jetzt einfach mal so ich hätte glaube ich wieso stirbt er nicht wieso ist er nicht gestorben der asch führung übernommen zone geht verloren reichert so muschi zone verloren zone gesichert was du lebenszeichen aktiviert zone geht verloren zonen wird erobert ist mir scheißegal abgelaufen wir haben nur noch da war ja ein healthpack und ich habe es nicht mitgenommen geil ne macht besessen aktiviert nein zone geht verloren eieieiei da bin ich rückwärts aber ich hab ihn doch nicht getötet alles klar ich komme haltet durch zone geht verloren was zonen haben wir noch ist erlabern oi 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 fuck you и aktiviert dämonenbesessenheit beendet sagen wir nicht die hatten den revenant mit dabei alter wie sie alle hier drin rum hocken ist klar das finde ich hätte man vielleicht anders lesen können das ist ja mit der schrotte schrotte hallo ich möchte gerne ja also sprinten braucht man nicht ja man sie sind mann wo ist mein team ich finde das witzig sie kommen immer zu zweit die arschlöcher immer lehrtaste zum respawn und man da muss man sich dran gewinnen so ich geh jetzt zu der zone ich hab da jetzt keinen bock mehr drauf umkämpft scheiß auf die dämonenrune dämonenrune aufgetaucht gegnerischer revenant gespawnt führung verloren what so du arschloch ich finde das schade ist ich finde das schade ist wo wo ich bin sterben nein 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 gut verbündeter revenant gespawnt ich bin sterben ich bin sterben So, du Arschloch. In your fucking face. Tonight. Oh, was willst du? Wow, zwei gegen eins. Drei gegen eins. Ja, nee, ist klar. Ich nehm gleich mal ne Raketenwerfer. Heckmodule hab ich keine mehr. So, wo ist meine Zone? Zone, 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 Zone. Zone, Zone, Zone. Zone. Da, sie kommt mir entgegen. Zone wird erobert. Sie kommt mir entgegen. Zack, Amarina. Zone gesichert. Oh, Lüchen. Verteidiger. Ich brauch Leben. Ich brauch Leben. Da ist noch mehr Leben. Zack, zack, zack. Oh, 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 oh. Was war das? Oh, wieder zwei gegen eins. Aber ich hab allen getötet. Wuh. Ähm, Waffe wählen. Ich nehm mal... Das wird ich nehm. Na, mal den Raketenwerfer hier. Mal ausprobieren. Ein bisschen Muni. Dämonenruhne taucht gleich auf. Führung verloren. Hass. Zone wird erobert. Dämonenruhne aufgetaucht. Gegnerischer Revenant gespawnt. Zone gesichert. Rächer. Noch 50 Punkte. Verteidiger. Führung übernommen. Ha, ha. Oh, da kommt dieser Drecks Revenant um die Ecke. Ihr Arschlöcher. Die kleinen Arschlöcher. Oh, macht das einen Spaß. Oh, macht das Spaß, Leute. Ich sag's euch. Ohne Scheiß. Wenn ihr Internet habt und... Führung verloren. Ich meine, klar habt ihr Internet, sonst könntet ihr euch das Ganze jetzt ja nicht angucken. Juhu. Noch zwei Minuten. Oh, wenig Gesundheit noch. Oh, oh. Gegnerischer Dämon getötet. Nein, der hat ich gekübt. Oh. Ah, ja, der Raketenwerfer macht aber schon mal. Zone wird erobert. Doch. Zehn Punkte. Zone gesichert. Zack. Ah, hab ich einen mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Ah, schade. Ah, ich weiß noch nicht. Dämonen-Besessenheit beendet. So, ich komme. Juhu. Juhu. Führung übernommen. Was? Was? Von wo? Von wo? Oh, 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 oh. Ich bin weg. Ich bin weg. Tschüss. Punkte-Limit erreicht. Ja, haben wir gewonnen. Knapper Sieg. Knapper Sieg, aber gewonnen. Ah, geil. Sorry, wenn ich zwischendurch ein bisschen rumschreie oder so, aber es macht so unglaublich viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier jetzt was machen kann. Ist mir auch relativ scheißegal. Oh, macht das einen Spaß. Mann, 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 Mann. Okay, und diese Hack-Module, die gehen anscheinend nur 60 Sekunden, so wie ich das jetzt verstanden habe. Neuer Level. Blitzgewehr. Okay, Matt-Orange, Nachschub-Timer. War eine sehr gute Runde. Herausforderung. Haben wir etwas Neues? Comeback-König. Ah, guck mal, da gibt es Bonus-XP sogar nochmal. Eroberte Punkte, verteidigte Punkte, gesamte Kills. Ja, ist doch okay. Kann man jetzt nichts zurück zur Lobby? Kann man jetzt nichts gegen... Anpassung, ähm, Waffen anpassen. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ins Waffen-Set gehen. Ähm, da nehme ich jetzt mal den Raketenwerfer in mein eigenes Set. Den prüllen, dann nehmen wir das Vortex-Gewehr mal mit. Wieso ist hier jetzt ein Haus... Achso, Blitzgewehr, alles klar. Haben wir ja schon. So, Hitzewelle, Kriegsfahrt. Ich finde, der Modus macht auch Spaß. Also, äh, ich habe nichts gegen Team Deathmatch, aber das ist, ähm, finde ich persönlich hier ein bisschen, ähm, cooler. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das fällt mir sehr gut. Ladezeiten sind, äh, sind, sind vollkommen okay. Nehmen wir ein Hack-Modul. Das sind Machtbesessen, verfolge 90 Sekunden in den nächsten... 5, 4, 3, 2, 1. Nehmen wir mal das. Nachschubtimer aktiviert. Sichere die Zone und verteidige sie. Oh, das finde ich halt ein bisschen... Zone wird erobert. Ein bisschen doof, das, äh... Ah, das ist cool, der Nachschubtimer. Der zeigt mir an. Äh, da ist die Zone, Leute. Zone verloren. Uh! Zone wird erobert. Shit. Da bin ich jetzt tot gegangen. Zone gesichert. Ah! Führung übernommen. Oh, ja, von der Seite. Das war jetzt gemein. Nachschubtimer aktiviert. Zeigt mir halt an, wann was zornes ist. Ziemlich cool. Eigentlich sollte er jetzt... Ja. Zone geht verloren. Okay, jetzt probieren wir mal das Blitzgewehr aus. So, also dann... Zone, Zone, Zone. Da ist die Zone. Dämonenruhne. Dämonenruhne taucht gleich auf. Dämonenruhne aufgetaucht. Gegnerischer Revenant gespawned. Zone verloren. Dämonenruhne. Höh. Mann. Entschuldigung. Die wollte ich eigentlich haben. Zone wird erobert. Will eigentlich ohne... Egal. Macht besessen aktiviert. Was auch immer jetzt dieses Macht besessen ist. Gegnerischer Dämon getötet. Verbündeter Revenant gespawned. Ah, es ist unser. Okay. Verbündeter Dämon getötet. Gegnerischer Revenant gespawned. Bleib mal ein bisschen in der Zone. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Zone geht verloren. Ja, dieser... Zone verloren. Revenant, ey, das ist echt heftig. Macht besessen aktiviert. Der ist echt mächtig, der Typ. Dämonen besessenheit beendet. Hörst du mich rollen? Du. Waffen-Sets. Nehme ich dich wieder. Zone wird eroberst. Macht besessen aktiviert. Waffen-Sets. Fuck, Jungen. Hui. Cool. Hat geklappt. Oh, wo ist denn meine Zone? Zone, 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 Zone. Verloren. Zone, 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 Zone. Zone wird erobert. Zone gesichert. Zone, 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 Zone. Zone, Zone, Zone. Ich brauche nur Moni. Führung übernommen. Wir haben die Führung. Hecht-Modul abgelaufen. Heck-Modul ist abgelaufen. Danke für die Freude. Zone. Zone geht verloren. Ja, viel Mann. Zone, Zone, Zone. Da ist unsere Zone. Da ist ein böser Mensch. Da ist nur ein böser Mensch. Zack. Trottel, bleib da doch mal drin stehen. Sehr schön. Upsa. Juhu. Oh, das macht nix. Oh, oh, jetzt sind wir so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Oh, nicht was getroffen. Das ist sehr gut. Wir gewinnen. Da, da, da. Ist schon wieder einer von mir gespawnt? Ne, unser. Ich verteidige die Zone. Ui. Ich, hier ist Schild, danke. Und ich verteidige immer noch die Zone. Da ist nix. Hallo. Ups. Bam, bap. Unser. Ich brauche Leben und Rüstung und alles. Noch 50 Punkte. 50 Punkte und wir haben den Rüstung. Dämonenbesessenheit beendet. Hallo. Ui. Shit. Ich wollte eigentlich rechten Monsters zu drücken. Hm. Die gefällt mir, die Plasma Gun. Richtig, richtig geil. Juhu. Juhu. Nix. Mach da nix. Mauer. Oh, 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 oh. Na, war klar. Aber ist mir scheißegal. Es macht so einen Spaß, Leute. Ihr hört es vielleicht auch. Also, ich spiele ja viel Shooter und so'n, äh, 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 getönt. Aber es macht gerade richtig, richtig Laune. Zone wird erobert. Zone gesichert. Ja, easy, würde ich mal behaupten, ne? Easy. Noch 10 Punkte. Punkt Limit erreicht. Ja, Sieg. Klarer Sieg. Klarer Sieg sogar diesmal. Ja, würde ich auch behaupten. Ja, ganz toll. Ihr könnt tanzen, uhu. Ah, wie sowas. Sowas, finde ich, weiß ich nicht. Muss nicht unbedingt sein. Meiner Meinung nach. Aber. Hey. Panzerung. Aha. Neuer Level. Salud. Okay, ja, gutes Level-System. Das kennt man ja. Was haben wir gekriegt? Rüstungsteil. Mit Humor verspotten. Metallic Sand. Heckmodul. Lebenszeichen. Und, äh, Kopfgeld. Lebenszeichen. Panzerung. Hier haben wir ein paar Medaillen. Zwei neue Herausforderungen abgeschlossen. So. Ah, irgendwer war nicht, äh, gemutet. Ähm, Waffensets. Da möchte ich nochmal ein bisschen. Das Vortex-Gewehr mag ich nicht so. Nehmen wir mal das Sturm-Ungerwehr. Testen wir das mal aus. Entschuldigung. Gut, der Maps sind natürlich jetzt ein bisschen eintönig. Ist klar. Äh, sind zur Zeit auch zwei. Ähm. Aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten, Spaß zu haben. Und ich habe gerade definitiv echt viel Spaß. Also richtig viel Spaß. Also quasi, wenn du, äh, die Folge jetzt, äh, guckst, dann ist schon der erste Tag der Open Beta vorbei. Ah, hat er die Verbindung wieder zu den Schövern verlor? Nein. Weil ich nehme ja heute auf und du guckst dir das ja morgen an. Also quasi heute. Also, du weißt, wie ich das meine. Ja, na. Jawoll, Mama, Chef. Ah ja, ich habe jetzt das schwere Gewehr. Ui, 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 ui. Ah, da. Wo geht die Zone hin? Da geht die Zone hin. Kopfgeld aktiviert. Kopfgeld aktiviert. Das ist uns egal. Mit der Waffe kann ich wenigstens zoomen. Aber wo ist denn die? Wieso ist denn die Zone da hinten auf einmal? Gehst du wohl sterben? Kollege. Geht doch. Nur ein toter Feind ist ein guter Feind. Habe ich mal gehört. War zwar nur ein Assist, aber... Oh, Mann. Jo, 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 jo. Na, mit angivisierter Waffe ist schon kackt. Ist das da nicht verstanden? Ja, ich bin ein Revenant. Leckt mich. Ihr leckt mich. Ihr könnt nicht mal alle. Ich töte euch. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja, ne? Zone gesichert. Ich töte euch alle hier. Ja. Juhu. Ich bleib natürlich bei meinem... Unantastbar. Verteidiger. Lohr. Gott, nicht geh. Geil. Oh. 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 Kingerischer Revenant gespawnt. Panzerung aktiviert. Alter, wie geil ist das denn? Leck mir. Fuck you, ey. Da bist du. Zone geht verloren. Alter, voller. Zone verloren. Scheiß drauf, Mann. Dämonen-Besessenheit beendet. Alter, geil. Panzerung aktiviert. Es ist so genial. Fick die Henne. Zone wird erobert. Alter, war das geil. Ich will nochmal. Egal, ich habe sie runter und so. Jetzt könnt ihr den Rest übernehmen. Zone wird erobert. Zone gesichert. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Geil. Oh, was? Zwei gegen eins. Ah, da kommt ein Schade. Aber wir haben Verbündeten, das ist sehr geil. Ui! Ah, warte. Also wenn man einmal so ein Heckmodul drin hat, dann... Yes. Yes. Hey, Revenant, lauf mal nicht so weit weg. Bleib mal bei dir. Ich will dich nämlich gleich haben, deswegen... Nein! Shit! Ah, fuck, ey. Da war der echt schneller als ich. Kacka. Lebenszeichen aktiviert. Nicht schlimm. Und, und... Jawohl! Warum schießt er? Ah! Ich glaube nicht. Aber ich habe ihn noch getwittert. Sehr geil. Und ich war wieder Revenant. Was? Wie macht die das? Was finde ich? Level 5. Muah! 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 Oh. Zone wird erobert. Zone gesichert. Muah! 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 Fürs Team! Und wieder gewonnen. Ich habe eigentlich schon mal gute Teams, muss ich ganz ehrlich sagen. Also läuft, ne? Läuft. So, und wie mache ich jetzt sowas hier? Keine Ahnung. Müsste ich jetzt in den... In den Optionen gucken. Aber wie gesagt, das interessiert mich auch nicht. Nachschub-Timer. Ah, okay. Okay, wir haben ja schon. Na, hatten wir schon mal so. Level Up. Lovecraft Ninja neue Muster. Glänzend schwarz. Hm. Oh. Ähm. Egal. Ach, hier haben wir noch mehr. Comeback-König. Uhu. Gesplickt mit Splittern. Was auch immer. Oh, Zweiter. Drei Verteidigung, äh, drei Eroberungen, siebenmal verteidigt, 13 Kills. Läuft. Acht Kills mit Dämonen. Läuft. Oh, sorry. Tut mir leid. Ja. Ähm, gut. Ähm. Wann verlasse ich jetzt mal die Lobin? Dann haben wir eigentlich jetzt gerade im Augenblick schon mehr oder weniger alles gesehen, was man sich im Moment angucken kann. Hier ein paar Verspotte. Ach, F1. Franz. F2 Metall. Küsse für die Massen. Ah, ja. Und Winken. Ah, ja. Okay. Waffen. Achso, ich hab neue Muster und sowas hier für Waffen. Symbol. Cool, cool. Neue Farben. Glänzend schwarz. Unterleg. Sieht ganz nett aus. Charakter anpassen. Rüstung. Falker. Pfefferhund. Ozzelon. Nehmen wir einfach. Ist egal. Die Klapperschlange. Scheißegal, wie das aussieht. Ist wurscht. Es ist egal. Oh mein Gott. Er ist gut. Er ist nur gut. Ich lege es mal. Das ist gut. Ich lege es mal. Ich lege es mal. Ich lege es mal. es waren jetzt ein paar Runden in Doom am 13. Mai kommt es raus wie gesagt wir müssen noch gucken wie die Einstufung sein wird aber ich gehe mal ganz stark davon aus dass ihr demnächst in Bälde mehr von Doom bei mir auf dem Kanal sehen werdet in diesem Sinne recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit ein Däumchen hoch würde mich freuen ansonsten hoffe ich dass ihr ein bisschen Spaß bei mir beim Zuschauen hattet wenn nicht Kritik ihr könnt mir alles in die Kommentare schreiben wie ihr wollt ich bin da relativ offen und für Verwesendungsforstleger auch jederzeit offen und ja dann würde ich mal behaupten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen